Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 2 – Denke nicht falsch über den Christus Johannes 1, die Verse 1 und 2 Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, dieses war im Anfang bei Gott. Gestern haben wir angefangen, uns mit dem Verhältnis von Gott dem Vater und Gott dem Wort zu beschäftigen. Johannes beginnt seine Jesusbiografie ganz vorne. Dort, wo aus menschlicher Sicht das erste Mal deutlich wird, dass Gott, wo er in die Schöpfung eintritt, sich an die Schöpfung verschenkt. Gott spricht und Gottes Wort betritt als eigenständige Größe die Schöpfung. Es ist noch nicht Mensch geworden, aber es ist da. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Achtung, wir haben es nicht mit zwei Göttern zu tun. Altes und Neues Testament betonen einen strikten Monotheismus. Wir haben es in der ganzen Bibel mit, Zitat, einem alleinigen Gott zu tun. Es ist auch nicht richtig, wie es in der Bibelübersetzung der Zeugen Jehovas geschieht, Johannes 1, Vers 1 zu übersetzen mit Das Wort war bei Gott und das Wort war ein Gott. Sie tun das, weil vor Gott kein Artikel steht. Aber das ist grammatikalisch kein Grund, den unbestimmten Artikel ein zu verwenden, den es im Griechischen übrigens nicht gibt. Johannes lässt den Artikel vor Gott öfter mal weg. Viel schlimmer als die grammatikalischen Probleme ist die mit der Übersetzung ein Gott verbundene Theologie. Wer mit ein Gott übersetzt, sagt, dass es Gott gibt und neben Gott noch einen Gott. Und das geht gar nicht. Einfach deshalb nicht, weil Gott sagt, dass solch ein Denken falsch ist. 5. Mose 32, 39 Seht nun, dass ich, ich es bin und kein Gott neben mir ist. Gott ist eine Klasse für sich. Neben ihm gibt es nicht noch einen Gott. Oder nehmen wir den Vers, von dem die Zeugen Jehovas übrigens ihren Namen ableiten. Jesaja 43, Vers 10 Irgendwie eindeutig, oder? Vor mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Punkt. Aber wie soll ich mir dann das Verhältnis Vater-Wort vorstellen? Und ich habe das gestern schon gesagt, Gott ist so anders, dass wir ihn nicht denken können. Also bleibt uns nur die Beschreibung. Ich kann Gott nicht denken, also benutze ich ein Bild. Im Text haben wir das Bild, Sprecher und sein Wort. Ich habe vor kurzem in einem Wörterbuch mit Zitaten von Kirchenvätern gelesen. Und es ist total spannend zu sehen, wie sie um Worte für das Verhältnis Gott-Vater zu Gott-Wort ringen. Am Ende bleibt es ihnen ein Geheimnis. Die frühen Kirchenväter sind sich in puncto Göttlichkeit des Wortes einig. Aber wenn es um das Verhältnis geht, dann gebrauchen sie Vergleiche, Bilder. Der Vater ist wie die Sonne und das Wort wie die Strahlen der Sonne. Der Vater ist wie die Quelle und das Wort wie der Fluss, der daraus entspringt. Weiter kommen sie nicht. Und vielleicht tun wir auch gut daran, uns in Ehrfurcht diesem Geheimnis zu nähern, es anzuerkennen und dann dankbar einen Gott anzubeten, der ein unzugängliches Licht bewohnt, aber als Wort diese Welt erschaffen und in ihr sichtbar geworden ist. Johannes 1, die Verse 1 und 2. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Eine Frage, woher hat Johannes die Idee, den Herrn Jesus vor seiner Menschwerdung als Wort zu bezeichnen? Also der Bezug zur Schöpfungsgeschichte ist super passend. Aber Jesus sagt über sich nie, ich bin das Wort. Also wo hat Johannes diese Idee her? Ich möchte euch zwei Möglichkeiten vorstellen. Es kann sein, dass Johannes auf populäre Gedanken seiner Zeit zurückgreift. Griechische Philosophen brachten den Begriff Wort, griechisch Logos. Sie brachten diesen Begriff lange vor Jesus mit dem universellen Geist in Verbindung, dem ihrer Meinung nach alles entsprang. Johannes hätte dann diesen bekannten Begriff genommen und ihm eine neue christliche Bedeutung gegeben. Es wäre ein evangelistischer Kniff, um einer heidnischen Zuhörerschaft den Einstieg zu erleichtern. Er baut ihnen also sprachlich eine Brücke von ihrem Denken eines ewigen Geistes oder einer ewigen Vernunft hin zu einem persönlichen Gott. Das wäre möglich. Zweite Idee. Johannes hat in Offenbarung 19 eine Vision von dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus führt Krieg, reitet vor den Kriegsheeren, die im Himmel sind. Und da heißt es über ihn, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Wenn es möglich wäre, dass Johannes diese Vision hatte, bevor er das Johannes-Evangelium schrieb, und man glaube mir an der Stelle, Datierungsfragen zu biblischen Büchern sind wirklich nicht einfach, dann hätten wir unsere Antwort. Er würde dann nur den Namen für den Herrn Jesus verwenden, mit dem er sich selbst in der Vision vorstellt. Johannes 1, Vers 1 und 2 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Was lernen wir theologisch aus Johannes 1, die Verse 1 und 2? Wir lernen, was der Herr Jesus ist. Er ist Gott. Das Wort. Wir können nicht in letzter Konsequenz verstehen, wie Gott das Wort gleichzeitig bei Gott und Gott sein kann. Gott darf geheimnisvoll bleiben, aber wir verstehen, dass wir nicht hinter die Idee Gott zurückgehen dürfen. Und das ist ganz wichtig. Denn unsere Errettung hängt davon ab, dass wir uns bei christologischen Fragen nicht irren. Christologie ist die Lehre vom Christus. Christus ist die lateinische Form für Messias. Messias ist übersetzt der Gesalbte. Es geht also um die Person, die Gott erwählt, um sein ultimativer König, Priester und Prophet zu sein. Die Person, die Gottes Machthaber, sein hohe Priester und sein Sprachrohr in dieser Welt sein soll. Da kommt einer der Messias, der wird in Gottes Auftrag herrschen. Er wird das eine Opfer bringen zur Sühnung der Sünden und er wird Worte reden, die Maßstab sind im jüngsten Gericht. Und jetzt ahnen wir, warum wir uns im Blick auf diesen Messias, diesen Christus, diese Person nicht irren dürfen. Wir dürfen nicht nur keinen falschen Messiasen folgen, wir dürfen auch nicht falsch vom echten Messias denken. Christologie ist wirklich wichtig. So wie Johannes es schreibt in 2. Johannes 1, Vers 9, Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus, das ist Christologie, die Lehre vom Christus. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn ich falsch von Jesus denke, habe ich Gott nicht. Egal, wie religiös oder engagiert ich bin. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Oder Oton Jesus, Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wir dürfen uns im Blick auf Jesus nicht irren. Und was dürfen wir über ihn nicht denken? Dass er nicht Gott ist. Jesus ist weder ein kleiner Gott, so als gäbe es nicht nur einen Gott, sondern mehrere. Er und der Vater sind eins. Wie auch immer das genau zu verstehen ist. Aber es gibt nur einen Gott. Jesus ist auch kein Engel. Und das, obwohl man im Alten Testament sieht, dass es dort einen Engel des Herrn gibt, von dem man annehmen kann, dass es Gott, das Wort, in Gestalt eines Engels ist. Aber im Hebräerbrief wird das erste Kapitel wesentlich dazu verwendet, die Idee, Jesus sei nur ein Engel, genau diese Idee zu widerlegen. Und Jesus ist erst recht nicht nur ein heiliger Mensch, der von Gott benutzt wurde, aber ansonsten nichts Außergewöhnliches war. Kein Mystiker mit einer besonders engen Bindung ans Übernatürliche, so ein Religionsstifter, wie es viele andere gab, der später dann vielleicht von seinen Anhängern vergöttert wurde. Nein, Jesus war viel mehr. Und so wissen wir jetzt, was wir von Jesus zu halten haben. Aus der Ewigkeit kommend begegnet uns Gott das Wort, von dem Johannes an anderer Stelle schreibt. 1. Johannes 5, Vers 20 Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen, das heißt Gott selbst, erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020